Willkommen bei profischnapp.de Ein ganz tolles Edelschnäppchen, ein Relax-Sessel von Himmola zeige ich Ihnen heute in einem tollen Q2-Stoff. Der Sessel heißt 7836 Name weiß ich nicht, aber die Nummer ist wichtig, 7836 eben in diesem Q2-Stoff Man sieht es sehr schön, auch so drin. Der Sessel wirkt sehr zierlich, weil die Armwege offen ist und ist um 360 Grad drehbar. Sie sehen hier ist der Anschluss, integriert ist aber auch ein Akku, den haben wir jetzt hier nicht dran, aber den bekommen Sie kostenlos dazu. Ein Akku, damit Sie das Kabel nicht brauchen. Das Kabel ist auch noch dabei. Hier ist die Fernbedienung. An Komplexität kaum zu übertreffen. Nein, ist ganz einfach. Hier oben bewege ich das Scharnier im Kopfbereich, wo ich nach vorne gehe. Der zweite Knopf ist für den Rücken. Schön hier, die Armlände geht mit und damit bewegt sich und habe ich kein Loch, keine fehlende Armauflage. Und der dritte Knopf ist das Fußteil. Das kommt dann so raus und dann habe ich meine Beinauflage. Wow, der ist wirklich bequem, der Sessel. Den Rücken würde ich jetzt noch ein bisschen nach hinten gehen. Gewusst, wo man drückt und ich würde mir jetzt das Kopfteil etwas vorholen. Und fertig ist der Sessel in seiner höchsten Bequemlichkeit. Ein tolles Stück, übrigens auch ganz geschickt, die Taste da unten. Ich drücke hier drauf und alles geht in die Ausgangsposition. Erst kommt der Rücken hoch und dann fährt die Zunge ein. Hoffe ich, dass das stimmt. Stimmt. Nur der Rücken hier, den muss ich dann manuell nach, also manuell elektrisch mit dem extra Knopf nach hinten nehmen, damit ich bequem sitze. Technische Detaillösungen bei Himmola immer gut. Magnet, aufgeräumt. Die Fernbedienung brauchen Sie nicht suchen. Ein wunderbarer Sessel aus dem Hause Himmola in einem pflegelechten Q2 Stoff, 100% Kunstfaser. Hier können Sie alles abwischen und mit viel Technik, mit Akku, mit allem was Sie brauchen. Ein tolles Stück für Sie. Wird mich freuen. Schnappen, zieht Zucku. Und Tschüss.